Meine Damen und Herren, Sie alle haben sicherlich schon einmal eine Diva erlebt. Aber was ist eigentlich das männliche Pendant dazu? Nun, wir können Ihnen heute Abend gleich vier Herren dieser Güte präsentieren. Drei Tenöre und einen Bariton. Hier sind Il Divo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020